Der Meteorit Jakes Skiort Finde Henrietta Jakes Berg Rette Carlos Hallo Freunde, danke, dass ihr so schnell hergekommen seid. Carlos erkundete einen alten Tempel tief im Dschungel. Jetzt ist er in den Lianen eines Baumes verfangen und kann nicht runter. Finde ihn und hilf ihm runter. Benutze Jakes Supergeruchssinn, um dich im Dschungel zu orientieren und Carlos zu finden. Trackers Werkzeuge können helfen, die Lianen durchzuschneiden, um Carlos zu befreien. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Untertitelung des ZDF, 2020 Räume den Bereich, um zu landen. Ab hier betrittst du den Dschungel. Viel Glück, Pawpetsch. Super! Versuche so viele Fellfreunde-Leckerlis wie möglich zu bekommen. Pfotenstark! Du hast eine Tüte Fellfreunde-Leckerlis. Jede Tüte enthält drei... Trecker-Leckerlis. Till zum nächsten Mal. Sulze Anton! Tier Tabii ist eine andere Touristen-Leckerlis. Chace? Träcker 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist die Brücke! Hilf Sky, ihre Wirbelwindkraft einzusetzen! Es ist Zeit für eine super Aktion! Benutze Zumas Wasserkraft, um auf die andere Seite zu gelangen und die Brücke zu aktivieren. Wasserkraft! Bewege den linken Stick, um auf die richtige Stelle zu zeigen. Halte die Taste gedrückt, um den Wasserstrahl abzuschießen. Super! Die Brücke öffnet sich! Gut gemacht! Die Brücke ist offen! Hilf Chase und Tracker, zu den Tempelruinen zu gelangen und Carlos zu retten! Tracker! Gut gemacht! Wir müssen weiter! Carlos wartet auf dich! Wow! Du hast fast alle fehlfreunde Leckerlis! Das war's für heute! Wie geht es? Wie geht es? Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gemacht! Du musst nur noch ein Abzeichen finden! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hervorragend! Du hast alle Abzeichen gefunden! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Leckerlis erhalten! Aktiviere Chase Netz, um Carlos aufzufangen, falls er runterfällt! Verwende Trackers Werkzeuge, um Carlos von den Lianen zu befreien! Schneide die Lianen durch! Drücke die Taste zum richtigen Zeitpunkt, um die Lianen durchzuschneiden! Gut gemacht! Du hast Carlos gerettet! Einsatz erfolgreich abgeschlossen! Carlos ist in Sicherheit! Wir gehen sk boş! Hier sehen uns zum nächsten Mal! Minispiele Belle Belle Pep Pfeffers Everests Schneehindernis Parcours Level 1 Everest Drei, zwei, eins, los! Der Hindernis Parcours Bewege deinen Fellfreund mit dem linken Stick und drücke die Taste, um zu springen. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Ziel erreicht! Minispiel abgeschlossen! Du bist ein Pfotenheld! Du hast einen neuen Rekord aufgestellt! Minispiele! Minispiele!